Hi, ich stelle euch hiermit den Blackwell Needle Roller vor. Mit seinen unterschiedlichen Metallspitzen dient er ideal zur Stimulierung der oberflächlichen Faszien und Nervenenden. Dies kann insbesondere interessant sein für den lokalen Bereich, da hierdurch die Schmerzempfindlichkeit reduziert werden kann. Zudem fördert er auch die Durchblutung und ist damit die ideale Vorbereitung für spätere Rollen mit der Blackroll.